Gut Cousin, Fissi Patente. Na klar. Verbotete Tons, ta-la-la-la. Und eine Lampada oder Lampadilla. Mach ich ihr auch, Gelegenheit, alter Vaterherr. Linzer-Torte, Leute, meine zwei Favoritenkuchen. Käsekuchen und Linzer-Torte. Die sagen ja, ne, eine gute Linzer-Torte steht schon so zwei, drei, vier Wochen, bis sie geil ist so. Es hat sich so ein bisschen was geändert. Mir haben viele Leute geschrieben, dass sie extrem Bock haben auf Party und extrem Party vermissen. Nach den Küchen-Party-Streams. Bei jedem Abo werden wir 10-20 Sekunden kurz Party machen. Es geht einfach los. Hier haben wir die, die musste ich mir auch erst mal vor ein paar Wochen bestellen werden. Die ist... ...Form. Also Zucker. Wie viel Zucker? 250 Gramm Zucker. Wie machen wir da alles nach Rezepten? 250 Gramm Zucker. Also hier einmal normale Haarsnöse. Und dazu mache ich auch noch meine restlichen Mandeln rein. Weil wir die eh noch am Start haben. Pinzer-Torte, ich lieb das, ohne Scheiß, Mann. Pick up on alle Omas. Ich kenne das nur von meiner Oma. Ey, und da stand der halt echt immer wochenlang im Keller und dann zieht der Teig so krass durch. Ein Löffel Nelken. Aber das ist alles drin. Zucker, Margarine, Nüsse, Ei, Kakao, Zimt, Nelken, Schnaps, gut miteinander vermischen. Das machen wir. Na klar. Oh, shit. Wissen Sie, was hier passiert beim Atmung? Also beim Sub geht es jetzt so ab. 250 Gramm. Jetzt kann man auch mit Handschuhen schon mal besser. Good Cousine. Jetzt sind wir nicht noch am Back. Jetzt ist der Basch. Er hätte mir das eigentlich noch vor ein paar Jahren gesagt. Ich hätte euch gesagt, labert mich nicht voll mit eurer Physi-Patente. Bei der Oma als im Keller. Und nun hat der Keller die aufgemacht. Da standen sie in Linzer-Torte. Drei, vier Wochen. Dann haben die euch geschmeckt. Ach Gott, ach gut. Ach Gott, ach gut. Ich sag das, gell? Lalalala. Wer kennt das von der jungen Leife? Wer kennt überhaupt noch Lamparder? Verbotete Tons. Tadadada. Ohne Lamparder oder Lampardier. Mach ich ja auch Gelegenheit, alter Vater. Wir haben nie irgendwas Schlimmes gemacht, mal wann. Ich war da, ich war so gut. Ich war in der Schule immer. Ich hab nur gelernt. Ich bin Heilen-Kumme. Nur gelernt. Ich hab nichts anderes gemacht. Ist gut? Na klar. Wir holen Streifen. Wir holen Sack. Zack, Zack. 125 Grad. 40 Minuten Backen. Von Norvalda, Schinafer-Stopp. Bleib drin. Verzeig Liebe.